Sie haben ein Aneurysma. Das ist mein Gehirn. Ich höre mein Aneurysma im Kopf wieder grunzen und sagen, ich kann warten, ich habe Zeit. Mir fällt das Warten zunehmend schwerer. Ich merke, wie ich langsam, aber stetig wahnsinnig werde. Er sagt sich so lapidar, ist aber so. Auch ohne Ruptur habe ich plötzlich Sprachstörungen. Ich stottere, suche nach Worten, finde die Falschen, korrigiere. Die Richtigen sind noch immer nicht dabei. Die Richtigen sind noch 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 nicht dabei. Vielen Dank.